Moin moin meine Freunde, ich versuch mal diesen Cheeseburger da im Mund zu stecken. Das war's für Brisbane, aber es ist Kennedy Pache. Jo Leute, das ist mein zweiter Versuch. Das war jetzt ein kleines Fail-Video und vergesst nicht, die neuen T-Shirts zu kaufen und uns zu abonnieren. Bis zum nächsten Video, hier gibt es noch eine kleine Auswahl von Videos. Schreibt es in die Kommentare!